Es ist Betrug. Oh, wir haben eine Inserption. Das ist immer wieder typisch. Ich glaube, nachdem muss ich unbedingt den Ball holen. Geil, man kann hier sogar auf die Fenster setzen. Toll. Oh Gott. Was ist denn mit den Leuten los? Let's go. Um. Um und riffs. Oh Gott. 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 ich wollte gerade sagen aber da warst du am nachladen darf man nicht um die ecken gehen über dem el chapeau sitzt er also so saß ich da eben auch so fast nur auf dem marken über dem da hat er dich geholt von hausen aus dem wald ich saß davor also wo der eingang da ist wurde mich geholt hat da auf dem kabelkanal oben also der stand ja in diesem eingang und da drinnen die wand gegenüber da ist so ein kabelkanal in dem eingang steht wo der stand ist da eine band gegenüber da ist ein kabelkanal also wo der jetzt da sitzt gegenüber ein und der dd der nicht geholt hatte ja woher soll ich denn wissen wo der der dich geholt hat in welchem eingang der stand du hast das doch gesehen ich wollte gerade noch sagen ich wollte gerade noch sagen als sie mich abgeschossen hat so der eingang ja ich dachte der eben der sich da geholt hat quatsch ja das habe ich mir auch gedacht das ist quatsch nee da steht einer in der ich habe nachgeladen weißt du ja auch gar nicht welche eingang das ist nee ich habe ich mir ja auch nicht gemerkt stimmt man kann auch noch man muss man kann auch noch die bahn im untergrund erforschen wovon er ist dieser kolonel hat er hat dann über die über die tiefkühltröse da hinten so klar ja weiß ich nicht entweder die gamer oder du weil losers oder halt weil ich gehe jetzt noch mal etwas Da, hier! Da, hier! Ne, da ist niemand mehr. Eher so rechts. Oh, da, da ist einer in dem Gebäude. Links! Links! Da schon? Ja, ich wusste... Ich wusste... Ich dachte, das Gebäude ist größer. Das klang so, in dem Gebäude... Ja. Nein. Ich brauche noch 29. Sorry, los. Sollte er los. Nein. Wo sind die denn jetzt? Ja. Ja. Ha! Die Hostages... Verlass. Pure luck. Gehen wir nochmal... Da hin. Dentist? Da will ich aber auch nicht hin. Gehen wir mal gay on. So, okay. Jetzt weiß ich, da kann auch jemand kommen. Das ist interessant. Und... Noch einer! What? Zwei schießen auf mich wie unfair. Gott, ich bin Erster vom Team. Das ist ja schrecklich. Oh, man. Oh, man. Ja, was hat denn der für'n Fokus? Fokuletti. Ich... Jean-Maisen-Duel Please, let the power run Ah, sehr gut. Aber jetzt dauert es noch mal ein bisschen länger. Easy Gaming ist noch da. Für den Clan? Nee. Der holt die Geise. Der muss doch nur zu B gehen, oder nicht? Ah, nee, Hostage da. Boah, was? Da! Das, das wird nix, wenn man trifft's. Da, er macht den ersten Böger! Oh Gott! Boah, wenn man drückt, ist das zu schön. Geht an, wo keiner hingeht. Hahaha! Nee! Geh weg! Geh weg! Unverknall zum Schluss. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Klinik Franks book Es passiert keine Terroristen, da ist keiner rübergerannt. Ah, endlich höre ich meine Ruhe. Boah, Alter, mich zieht er. Was ist denn da? Ja, rechts ist einer. Aha, der kommt jetzt gleich. Gut, rechts von dir, hinter dir so, glaube ich, ist der. Ja, über dir, links, da, links raus, ja so schräg. Ich hoffe noch nicht. Oh, da war... Verrückt. Oh man, so... Oh, die schießen einfach durch alle Wände. Oh man, so... Grenade out. Das gibt es nicht Was ist das hier? Er ist da hinter dem Koop-Schild, hinter der Wand Ah, da rechts, unten Ja, ich habe weiter rechts unten gemacht, du hast nichts gemacht Hä? Nein Das habe ich nicht gehört Das war nur rechts Guck mal an die Decke Ich dachte, es wäre noch eine Ehre Nein juegos greut Smoke. kill that guy äh puh wo ist das wo bist du denn ah der letzte ist äh hier rechts von dir ja ne links ja da da so ah in dem gelben Haus Peppers Pizzasier 2 Runden oder mehr mindestens ich spiele immer schon 26 ich spiele immer noch das sieht aus liegen Ingenie smoke incendiary grenade out add in town Out Out we Sechs Schaden habe ich dem Watt durch die Wand. Durch den Tresen. Tresen, Tresen. Ja, geradeaus, quasi, oben auf dem Dach irgendwo, ja, auf dem Gelben, ja, drauf, hinten rechts. Oh yeah. Kraft tarts is suck with you all, heck noob. You see, your mom suck no bad. Ach was, alter. 77 in 1. What? Der wollte mich messern, ich habe einen Schritt zur Seite gemacht, dann musste er steppen und dann habe ich ihn noch, noch, äh, bemerkt. Was natürlich blöd ist, weil jetzt haben wir die Geisel. Weil ich zwei Leute getötet habe. Ach du Scheiße. Das interessiert die halt nicht. Noobock und Norby. Norby. You guys are toxic. Okay, schon. Okay. Okay. Smoke. Throwing smoke. Flashbang. Throwing flashbang. Laying down smoke. Deploying flashbang. Wo ist der eben hergekommen? Hier runter? Ey, kann ich aber auch nix machen, alleine. Jetzt muss der im Versteck kommen. Hinten, links. Wo ist sie? Das ist so dumm, Alter. Das ist immer die andere, klar, geiselt. Jetzt bin ich schon bei fast 2,000 Schaden an dem Spiel. Ja. Wauw 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 Krass. Ah! Wie, wie kann, was, was ist das für ne Flash? Wie kann da überhaupt ne Flash hier in irgendeinem Raum? Oh ne. Wie der da überhaupt aufs Dach kommt, ey. Ja, ja. Wie ich nicht. Wie kommt der denn hoch? Gute Frage, wie kommt der da hoch? Die Klimaanlage wahrscheinlich. Ja, da hinten, ja, 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 ja. Also geht's auf jeden Fall, aber... Hey. Counter Terrorists win! I'm bringing the object is out. Well. Go, go, go! Go, go! Deploying decoy. Throwing flashbang. Flashbang smoke. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Grenade. Throwing a grenade. Throwing fire. Fire in the hole. Ah, diesmal sitzt der da. Oh ne, war ein anderer. Ah ne, war ein anderer. Letztes hinter dir irgendwo war. Bei der anderen Geisel. Bei der anderen Geisel. Bei dem Haus. Der heißt zu wild. Henker! Ha! Wo ist der Henker? Oh, ich bin schon bei sieben. Toll. Das ist so. Das ist so. Der ist so.